Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Der Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Mayer-Likör. Immer lecker, auf Eis, im Glas oder einfach nur so, zugunsten von Mensch Hamburg. Jetzt in der Club-Edition. Den Mayer-Likör gibt's für 18 Euro unter anderem im Molotow, im Silbersack, bei Old MacDonald und in der Gute-Leute-Fabrik in der Susannstraße 26. Das war Werbung, herzlichen Dank. Heute befrage ich die Autorin Sandra Beckedahl. Ahoi Sandra. Ahoi Lars. Liebe Sandra, dein erster Roman, Schorfheidenmord, heißt der, untertitelt ist das mit Uckermark-Krimi. Was verbindet dich mit der Uckermark? Tatsächlich war es so, dass ich bis 2021 die Uckermark immer nur mit Angela Merkel verbunden habe und nie dort gewesen bin. Und im August 2021, die Lockdowns waren gerade so in den letzten Zügen, bin ich mit einer Freundin dorthin gefahren und an einem sonnigen Augustnachmittag und wir saßen in einem Café. Das war so ein japanisches Teehaus. Das hätte in Berlin-Mitte und überall in Großstädten stehen können. Und meine Freundin, die aus Berlin kommt, begrüßte dann am Nebentisch jemanden und am anderen Tisch jemanden und sagte, ach, das ist der Chef der BMG, also der Plattenfirma und der ist Werbeagentur-Inhaber. Und draußen standen, also vor der Tür standen die Teslas und ich sagte dann so, boah, die Uckermarks sind ja die Hemdens von Berlin. Und die Uckermark an sich ist noch sehr urig mit diesen kleinen Dörfern, ist aber tatsächlich auch sehr gentrifiziert durch die Berliner Großstadt-Bubble und das fand ich sehr spannend und das war dann meine Verbindung zu Uckermark. Und aus diesem Satz wurden dann 460 Seiten knapp. Hast du dieses Buch auch geschrieben wegen des Satzes, weil du den einfach so gut fandest? Weil damit fängt es ja auch an. Tatsächlich ja und ich habe dann, also am nächsten Tag, als ich anfing mit der Recherche, habe ich gemerkt, ich habe nicht das Copyright auf diesen Satz. Der Satz ist schon älter, den haben schon vor mir einige gesagt. Es gibt sogar Aufkleber, wo dann Berlin, Uckermark, Hemdens und so durchgestrichen ist. Es gibt Merch sogar dazu. Also den habe ich nicht, aber ich fand das total faszinierend. Also das Thema Gentrifizierung des ländlichen Raums ist ja keins, das auf die Uckermark an sich bezogen ist. Das hat man ja auch hier an der Schlei. Aber ich fand diesen Hemdensbezug, den fand ich doch ganz spannend. Jetzt geht es aber nicht um Gentrifizierung und Planung im ländlichen Raum, sondern um den Schorfheidenmord. Was sind denn überhaupt Schorfheiden? Die Schorfheide ist ein Biosphärenreservat innerhalb der Uckermark. Also weil die Uckermark ist ja relativ groß. Die ist hauptsächlich in Brandenburg, aber ein kleiner Teil ist auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und die Schorfheide, das Biosphärenreservat Schorfheide ist so in der Mitte in der Nähe von Templin, wo eben auch das Kommissariat angesiedelt ist. Du hast vorher schon an einigen anderen Büchern mitgearbeitet und sie geschrieben. Warum denn jetzt ein Krimi? Dass es ein Krimi wurde, also es war ja am Anfang war der Satz und das Interesse an dieser Region und es wurde dann ein Krimi. Also habe ich gar nicht geplant und es ist auch kein richtiger Krimi im Sinne von, also es ist kein Thriller, es ist nur ein Toter. Und mich hat einfach dieses, das Thema so interessiert und irgendwie wurde es dann ein Krimi, weil es dann natürlich spannend war, diese beiden Welten, ich wollte diese beiden Welten erzählen. Und da ist es natürlich spannend, hier zu erzählen, wenn was passiert und dann ist ein Krimi ja immer naheliegend. Untertitelt ist das mit Uckermark-Krimi. Irgendwie fühlt sich das an wie eine Reihe. Also werden da noch weitere Leute sterben? Schön wäre es. Es hängt tatsächlich davon ab, wie die LeserInnen den ersten Teil finden. Und dann, also ich könnte mir vorstellen, also der Kommissar ist ja Paul Montgomery, der aus Hamburg nach Templin kommt. Und der fühlt sich da recht wohl. Also der könnte da bleiben. Es ist ja so, dass im deutschen Fernsehen fast jede Region schon abgefilmt wurde durch Krimis. Fehlt da die Uckermark oder habe ich da was übersehen? Also ich glaube jetzt, dieses Miss Merkel ist, glaube ich, jetzt in der Verfilmung. Das ist natürlich auch die Uckermark, aber ich glaube, es gibt noch keinen Kommissar dort. Also das fehlt tatsächlich. Okay, dann schicken wir den Mr. Montgomery da mal hin. Also in Hamburg kennst du dich ja gut aus. Reicht dann ein Wochenende in der Uckermark, um da 460 Seiten zu beschreiben? Oder wie lief das dann? Es sind dann tatsächlich mehr geworden. Also es war ein Wochenende, das ist die Initialzündung und ich bin dann mehrfach dorthin gereist zur Recherche. Was findest du denn in der Uckermark, jetzt ungeachtet davon, dass du da Leute über die Klinge springen lässt, so reizvoll? Also worin liegt der Reiz für die Berliner? Das ist wahrscheinlich die Nähe. Da fährt man innerhalb von einer Stunde, anderthalb irgendwie hin. Aber was findest du denn jetzt schön an der Uckermark? Also tatsächlich die Wälder. Also die Wälder sind auch zentral in diesem Buch, weil nicht nur, dass der Tote im Wald erschlagen wird, sondern, also der Tote wird nicht erschlagen, sondern Ben wird im Wald, also wird gefunden, genau. Also die Wälder, die sind ganz toll in der Uckermark. Also das ist wirklich so, manchmal hast du das Gefühl, du bist in Kanada. Ich habe auch Paul Montgomery mal diesen Bezug zu Twin Peaks, die Serie, die wir alle ja von früher kennen, herstellen lassen. Also zumindest die Ü40. Ja genau, die Älteren unter uns. Und genau, also die Wälder sind total toll. Das ist super urig. Das sind ganz tolle Wälder und dann mit Seen. Und mir gefallen auch die Dörfer. Also die Uckermark-Dörfer, die sind noch sehr authentisch mit einer Kirche in der Mitte. Und diese Landschaft ist hügelig, die ist ganz, also die Landschaft fand ich schon sehr besonders. Jetzt sind ja Frauen in Vorständen und auch im Fernsehen und überall unterrepräsentiert. Jetzt suchst du dir als Frau unbedingt einen männlichen Kommissar aus. Warum? Nee, er ist ja nur, er hat ja auch eine Assistentin, also beziehungsweise eine Partnerin. Er selbst nennt sie nicht Assistentin, er nennt sie Partnerin. Tatsächlich war das auch so. Ich wollte diese Geschichte erzählen und da passte irgendwie der männliche Kommissar dazu. Aber ich bin gerade an einem neuen Thema dran und da habe ich eine weibliche Hauptermittlerin. Okay, hast du dich denn da auch nochmal irgendwie auf Recherche-Tour begeben? Hast du dich mit Polizisten unterhalten oder entspringt das so komplett deiner Fantasie und dem, was du so im Leben mitbekommen hast? Ich war gestern bei der Lesung von Hans Rosenfeld und Michael Jort, die beiden preisgekrönten, erfolgreichen schwedischen Autoren. Und da kam auch diese Frage, wie sie recherchieren, wie sie das machen. Und dann haben sie gesagt, wir googeln ein bisschen und haben gesagt, letztendlich ist es Fiktion. Und das ist es bei mir auch. Ich habe mich tatsächlich mit Ralf Martin Mayer, dem ehemaligen Polizeipräsidenten, unterhalten und habe gefragt, ist es realistisch, dass der Kommissar, weil der kommt von Hamburg nach Templin und der ist nicht etwa strafversetzt, sondern das ist auch, das will ich jetzt nicht spoilern, aber warum er da ist. Und er meinte, Ralf Martin Mayer ist nicht sonderlich realistisch, dass er aus diesen Gründen nach Templin geht. Aber er meinte, kann auch vorkommen. Also natürlich habe ich schon so weit recherchiert, dass die Todesursache, also diese technischen Sachen, ja, aber dieses Kommissariat in Templin, das ist natürlich Fiktion, das gibt es so nicht. 460 Seiten fühlen sich für mich echt nach einer ganzen Menge Stoff an. Wie lange braucht man denn dafür? Also der Sommer war, da war die Idee, das hat dann ein paar Monate gedauert, bis ein paar Besuche in der Uckermark, bis aus der Idee dann das Format wurde. Und dann habe ich relativ schnell, da hatten wir, dann kam ja nochmal Omikron in der Zeit und dann war ja nochmal so eine Art Mini-Lockdown und dann hatte ich sehr viel Zeit. Und ich war dann tatsächlich Ostern fertig, also Ostern 2022, genau vor zwei Jahren. Und die Geschichte spielt ja auch an Ostern und das hat es dann auch recht rund gemacht. Also so von Herbst bis Ostern habe ich gebraucht. Du bist ja im richtigen Leben auch Journalistin, entsprechend neugierig bist du. Und es geht in dem Roman um Geheimnisse. Was fasziniert dich denn jetzt so an dem Neuen und hinter die Vorhänge zu gucken und so weiter? Im Zuge des Buches habe ich ein bisschen über Geheimnisse recherchiert und es ist tatsächlich so, dass jeder Mensch rund 13 Geheimnisse mit sich trägt. Davon sind fünf, die kein anderer Mensch weiß. Das fand ich ziemlich interessant und Geheimnisse sind natürlich dahingehend auch spannend, weil Simmel, der Soziologe, hat mal gesagt, das Geheimnis ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Und das fand ich doch faszinierend, diese Geheimnisse. Und in diesem Buch gibt es dann auch ein Geheimnis, das niemand aufdeckt. Das wird erst im Epilog dann aufgedeckt. Also 13 Geheimnisse schleppt jeder mit sich rum. Fünf, die sonst gar keiner weiß. Das heißt, was sind das für Geheimnisse? Gib mal ein Beispiel. Bei den Fünfen, also etwas, was ich selber nur ich erlebt habe und dann niemandem gesagt habe? Das kann alles sein. Also das kann tatsächlich sein von das Rezept für die Tiramisu. Also bei mir wäre es, das ist auch eins meiner fünf, das wäre das Rezept für meine Nüsse, für meine Cashewkerne, das ich noch niemandem verraten habe. Das kann etwas aus der Vergangenheit sein, was man nie jemandem gesagt hat. Also da fällt mir auch bei mir ein, ich glaube, ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen, dass ich in der siebten Klasse in einen Jungen sehr, sehr verliebt war. Also so etwas kann es sein. Es können natürlich auch so etwas sein wie geheime Wünsche, aber auch natürlich Schulden oder solche Dinge. Im schlimmsten Fall natürlich ein Mord. Im schlimmsten Fall ein Mord. Wie sehr würdest du denn wünschen, dass das verfilmt wird? Also ist das verfilmbar? Ich weiß nicht. Sehr, ja, doch, doch. Du hast also darauf hingeschrieben? Ja, schon doch. Also, weil es ist ja auch so, ich habe es ja eingangs gesagt, diese zwei Welten prallen ja aufeinander. Auf der einen Seite die Alteingesessene und dann diese Großstadt-Bubble-Menschen. Und die habe ich schon auch so ein bisschen so gezeichnet, dass man die, glaube ich, ganz gut als Figuren im TV etablieren kann. Und die Region ist halt einfach auch so schön. Also das gibt, glaube ich, schöne Bilder. Dann drücken wir dir die Daumen dafür. Und jetzt drücke ich dir die Daumen dafür, dass du die richtige Entscheidung triffst, nämlich... Nice. Oder Scheiß. Also was findest du besonders gut oder besonders schlecht, was dir in der letzten Zeit erfahren ist? Oder was hier in der Stadt irgendwie schief oder gut läuft? Also, da ich ein positiver Mensch bin, entscheide ich mich natürlich für nice, weil ich jetzt nicht über irgendwelche Streiks oder sonstigen Dinge sprechen möchte, sondern ich möchte darüber sprechen, dass eine Freundin von mir, Mitra, einen ganz tollen Verein hat, All-Inclusive. Und das finde ich gerade in Zeiten wie diesen, wo unsere Gesellschaft älter wird und man immer diese Zahlen liest von alten Menschen. Und ich habe das auch in meiner Umgebung mit, also nicht in meiner Umgebung, mit meinen Eltern und so. Und von daher finde ich das einfach ganz toll, dass sie diesen Verein hat und dass sie da für die Senioren und für die Señoritas immer so tolle Veranstaltungen macht. Ein Verein, der gegen die Alterseinsamkeit anarbeitet. Wirklich großartige Idee. Viele Grüße, Mitra. Liebe Grüße, Sandra. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, es gibt dann demnächst auch noch ein paar Lesungen in Hamburg. Wir halten mal die Augen auf und gucken in den Kalender und ich sage Ahoi. Danke, Lars. Ahoi. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.